Du 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 ba da 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 Ah, auch das gehört zu Weihnachten. Swisscom, TV und chill. Am liebsten mache ich das mit meinem Smartphone und mit meinen kapulosen Kopfhörern. Die Urbanisten Tokio. Sie sind so klein und die Töne so gross Ausgewogen im Klang mit einem Super Bass. Und das Böcksi ist extrem gäbig. Das dient als Halterung für mein Smartphone. So, ich muss... Das ist der Swisscom Adventskalender. Dieses Jahr machen wir Geschenke.